So, und hier sind wir schon beim nächsten Mal. Wir müssen, glaube ich, jetzt Prinzessin Kenny nehmen und dazu befehlen, ihn zu verzaubern. Apple-D-Power ist okay. Jetzt müssen wir hier furzen. Nein, ich wollte eigentlich die Furzgranate aus. Aber da muss ich warten, bis der hier wieder rüberkommt, sonst lohnt sich das nicht. So, jetzt haben wir ihn fertig gemacht. Das genau wollte ich mir. Nein, ich will sie nicht befehlen, ich will. Genau so läuft das, ganz easy peasy. So, jetzt sieht's ganz aus, als ob wir beim Baden wären. Wollen wir uns das jetzt wirklich anschauen? Das geht jetzt wieder mal irgendwie so weiter, oder? Dann wollen wir mal überspringen. Oh shit, ich mag doch gar nicht gegen ihn kämpfen. Oh shit, ich mag doch gar nicht gegen ihn kämpfen. Oh shit, warte, wie ist denn das glaube ich. Der hat aber fehlt eben. Scheiße... Scheiße... Muss ich die erst mal besiegen? Also... Hallo... Dann rufst du schon wieder.... Ja... ...und dann... Ja... Ich muss was einsetzen, gesundheitskrank, groß, jetzt auf den Waden, Verzauberung. So, jetzt noch was sehen wir hier, wen fährt ich zum Bade. Sehen wir an, schwächlich hängt er da. So, was hat sie noch drauf? Was schaffen wir diesmal? Nein, scheiße. Ah, shit. Wie geht das? Wie kann man dieses Gesangszeug abwehren, wie kann man überhaupt abwehren? Ich krieg das nie hin. Hä, jetzt ist sie wieder da? Was der fuck? Nein, diesmal nicht. Angriff. Der Bader ist so gut wie besiegt. Scheiße. Nicht schon wieder. Das ist echt üblich. Ah, wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Ja, wen starb der Wahrheit wieder? Drücke der Schwäche, okay. Oh, wir haben fast 100 Dollar, müssen wir reichen. Okay, das wollte ich. Okay, dann wollen wir. Ja. Dann wollen wir wieder mal zurück. Ich wollte nur schnell die ganze Kisten. Okay. 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 Das ist spät. Das ist spät. Naja. Dann schauen wir mal so, was wir für Aufwertungen haben. Ja. Oh, was ist das? Stütz dich mit dem Hopfhorn. Hier die Rüstung entfernt Schilder und verringert die Abwehr. Was haben wir neu gekriegt? Aber damit noch. So, jetzt haben wir das auf Stufe 4. Das ist doch schön. Es ist spät, Kerser, also bevor du Hauserreist bekommst. Okay. Nein, Timmel ist im Anderes. Sie habe ich fast verwechselt. Unser Bade ist ja in hier natürlich nicht Timmel. Aber unser Bade ist sehr mächtig. Ah, wir haben ihn besiegt. Wir sind geheilt. Auf dem Holzschilder. Ja, ja, ist schon recht. Dann, straight home würde ich sagen. Straight home, Alabama. Oder so ähnlich. Wo wohnen wir eigentlich nochmal? Ich weiß nicht, wo wir wohnen. Ah, hier bei dem Soul Schild. Ah. Wir haben den Tag geschirrt. Wir haben den Tag geschirrt. Wie alt ist das? Was ist das? Das Schlafzimmer meiner Eltern? Warum haben die da einen Schraubenzieher? Die Kacke, die gepinkelt hat. Wer will, kennt ihn nicht, den Bestseller. jetzt haben wir uns erst mal geduscht und ein haufen ein bisschen scheiße könnten auch bin ich so gut in diesen schnell drück events aber diesmal ist geschafft das kann man immer mal gebrauchen um gegner angepasst werden zu lassen da geht es raus das lässt uns unser Zimmer gehen um die Türen die Türen und jetzt ein erstes das haben wir ach das ist unser Lager jetzt verstehe ich das dann machen wir das mal so tun wir diese ganzen Sachen da rein und wenn wir uns umziehen wollen dann nehmen wir sie da raus dann müssen wir die nicht immer mit rumschleppen und sie aber trotzdem immer in sicherheit warum wird alles besser was ist passiert vielleicht erfahren wir es jetzt was ist hier los okay werden wir jetzt von aliens entführt was ist hier los oh mein gott es geht hier vorsichtig was haben diese aliens so nein die füsten einigen in den Arsch nein wir haben es kaputt gemacht nein jetzt kommt noch ein größeres was haben wir jetzt wieder kaputt gemacht Alter haben wir einen starken Schließmuskel ist das dein erstes mal geprobt? ja das ist ein Schmerz aber das ist das was du mit in einer remote little mountain town at least we don't have to deal with traffic hey you broke free kid you have an incredible control of your asshole get me loose too ach das sind die Kameras jetzt ergibt das alles einen Sinn die kranken aliens sind dir und alles das ist kranken aliens sind dir und alles mal sehen Ah, eh. Cool, wir haben eine Alien-Sonde im Arsch. Wir können damit alles kontrollieren. Oh, nein. Alien-Helm, hm? Den setzen wir uns doch gleich mal auf. Wer hätte gedacht, dass es in der Nacht noch so spannend werden würde. Ah, der ist besser. So. Noch alles frisch. Hier macht man diese Kraftfelder. Aus. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ah-ha. Ich töte die ganzen kleinen Embryos, die sie uns in den Arsch stehen. Der hat eine von diesen Teilen zerstört. Aber wie? Ach so. Vielleicht kann ich die anderen so befreien. Lass mal klubschen. Die aliens denken, sie wären dann sicher, sie wissen ja nicht, dass ich eine von ihren Sonden im Arsch habe. So, jetzt mal ausprobieren. Wo kommt diese neuen... Das hätte ich doch schon mal zerstört. Hm. So weit so. Das ist ein Frigging Ähnens. Moo, moo. Moo, moo. Aha. So. das ist ungerecht sich hinter ein schild zu versteckt ich mach dich trotzdem fertig der war nicht so geil jetzt nochmal wir haben eine strahlen das ist wie geil ja eigentlich wollte ich die neue strahlenwaffe ausrüsten da habe ich die strahlenwaffe ausgerüstet hier 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 Äh, Mist. Schießen. Da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Ja! Stirb! Sterb, Elien! Stirb, Elien! Ich werde mich alle besiegen. Es ist gerade zwar sehr spannend auf diesem Raumschiff, aber für diese Folge muss ich leider beenden. Ihr könnt ja sehen, wie es weitergeht.